So große. Kommen wir jetzt zur zweiten Frage und zwar Niko, magst du äh kleine oder lieber große Gurken? Mhmm, das ist ne gute Frage. Also ich mag es eigentlich tatsächlich schon gerne, wenn die ähm richtig groß sind, die Gurken. Mhmm, mhmm. Ja, wenn ich so überlege, eigentlich hast du schon recht, ja. So große Gurken sind schon geil. Sind geiler als kleine Gurken, oder? Ja. Hat was, ne? Mhmm.